Hey Leute, schaut mal, Alberto hat ein super Pizza-Angebot, glaube ich halt. Zeig her. Wow, cool. Ja, er hat einen neuen Pizzaofen gekauft und will nun seinen Kunden eine Freude machen. Neuer Ofen, das war sicher teuer. Na, was glaubst du denn? Hat er ansparen müssen? Das war was. Ich kann euch erzählen. Alberto möchte sich einen neuen Pizzaofen für 1600 Euro kaufen. In seinem Sparschwein befinden sich aber nur 480 Euro. Erfahrungsgemäß kann er pro Monat 160 Euro sparen. Wann werde ich mir wohl einen neuen Pizzaofen kaufen können? Das kann er doch ganz einfach mit dem Lösen einer linearen Gleichung beantworten. Die Gleichung, die er lösen muss, lautet 160 Euro. Das ist das Ersparte pro Monat. Das multiplizieren wir mit der Anzahl der gesuchten Monate x plus 480 Euro als unser Startkapital. Alles zusammen soll die Endsumme von 1600 Euro ergeben, die wir für den Pizzaofen benötigen. Um eine Lösung für x zu finden, müssen wir x alleine auf einer Seite der Gleichung stehen haben. Dazu subtravieren wir zunächst 480 Euro und zwar auf beiden Seiten der Gleichung. Schließlich heißt das Ganze Gleichung, weil auf beiden Seiten das Gleiche steht. Das ist wie bei einer Balkenwaage, die sich im Gleichgewicht befindet. Wenn du auf einer Seite etwas wegnimmst, musst du auf der anderen Seite genau das Gleiche wegnehmen, damit sie im Gleichgewicht bleibt. Nachdem wir also 480 Euro auf beiden Seiten abgezogen haben, lautet die Gleichung 160 Euro mal x ist gleich 1120 Euro. Als nächstes teilen wir durch 160 Euro auf beiden Seiten und erhalten x ist gleich 1120 durch 160 ergibt 7. Wir brauchen also 7 Monate, bis wir das nötige Geld für den neuen Pizzaofen beisammeln haben. Also, allgemein gesprochen hat eine lineare Gleichung die Form ax plus b ist gleich c, wobei a ungleich 0 gelten muss. Der Name lineare Gleichung kommt daher, dass durch ax plus b eine lineare Funktion beschrieben wird, also eine Funktion, deren Graph eine Linie ist. Das Lösen einer linearen Gleichung, die wir gerade gesehen haben, ist recht einfach. Zuerst rechnen wir minus b und teilen anschließend durch a, was immer möglich ist, da wir a ungleich 0 vorausgesetzt haben. Klingt logisch. Und was machen wir nun mit dem super Angebot? Ich habe irre Hunger. Ich habe aber nun mal 10 Euro und 25 Cent. Wie viel Pizza bekomme ich da mit dem Angebot? Und den Rand von der Pizza mag ich ja auch nicht. Kein Problem. Ich mag den Rand besonders gerne und bin bereit, dir pro Zentimeter 2 Cent zu bezahlen. Okay, super. Aber wie viel Pizza kann ich mir denn jetzt kaufen? Kein Problem. Das lösen wir mit einer quadratischen Gleichung. Quadratisch? Cool. So wie die Pizza. Also, das geht folgendermaßen. Wenn die Pizza eine Kantenlänge von x Zentimetern hat, dann beträgt ihre Fläche x Quadrat Zentimeter Quadrat. Folglich kostet sie x Quadrat Cent. Der Rand der Pizza besteht aus vier Kanten, von denen jede x Zentimeter lang ist. Folglich ist der gesamte Rand 4 mal x Zentimeter lang. Da Alice dir für jeden Zentimeter Rand 2 Cent versprochen hat, bekommst du insgesamt 8 mal x Cent von ihr. Die Gleichung lautet dann also x Quadrat, so viel Cent musst du für die Pizza bezahlen, minus 8 mal x, so viel Cent bekommst du von Alice, plus 200, denn so viel Cent kostet die Lieferung. Ist gleich 1025. So viel Cent hast du ja, klar? Sehen wir uns die Formel nun allgemein etwas genauer an. a ist eine Zahl, die ungleich Null sein muss. b und c sind im Gegensatz Zahlen, die Null sein können, aber nicht müssen. x ist die gesuchte Unbekannter. Diese Gleichung hat im Allgemeinen zwei Lösungen, die durch die Formel x12 ist gleich minus b plus minus Wurzel aus b Quadrat minus 4ac dividiert durch 2a gegeben ist. Diese Formel heißt große Lösungsformel oder ABC-Formel. Sie ist auch unter dem Namen Mitternachtsformel bekannt, da du, wenn du um Mitternacht aufgeweckt und nach dieser Formel gefragt wirst, sofort die Antwort parat haben sollst. Ein Spezialfall einer quadratischen Gleichung ist die Normalform x² plus px plus q ist gleich 0. Man kann die allgemeine Form einer quadratischen Gleichung stets in die Normalform überführen, indem wir durch a teilen. Die beiden Lösungen der Normalform sind durch die kleine Lösungsformel, auch pq-Formel genannt, gegeben. Diese lautet x12 ist gleich minus p halbe plus minus Wurzel aus p halbe Quadrat minus q. Die kleine Lösungsformel erhaltet ihr aus der großen Lösungsformel, indem ihr für a 1 einsetzt, für b p und für c q. Welche der Formeln man benutzt, ist egal, solange man bei der kleinen Lösungsformel darauf achtet, dass man die quadratische Gleichung zuerst in Normalform überführen muss. Beide Formeln liefern dabei die gleichen Ergebnisse. Die Lösungsformeln liefern zwei Lösungen x1 und x2. Hierbei ist jedoch Vorsicht geboten. Es sind drei Fälle zu unterscheiden. Im Lateinischen heißt unterscheiden übrigens diskriminare. Deswegen nennen wir das Objekt, das uns bei der Unterscheidung hilft, die diskriminanter. Die diskriminante ist das, was in der Lösungsformel unter der Wurzel steht. Betrachten wir nun diese drei Fälle. d größer 0, in diesem Fall gibt es zwei unterschiedliche Lösungen x1 und x2. Wenn d gleich 0 ist, gilt x1 ist gleich x2, also nur eine doppelte Lösung. Bei d kleiner 0 gibt es keine reelle Lösung. Zum Lösen müssen wir den Raum der reellen Zahlen verlassen und den großen Raum der komplexen Zahlen verwenden. Das ist schon etwas schwieriger. Da komplexe Zahlen nicht Inhalt dieses MOOC sind, verweisen wir hierbei auf folgenden Link. Für die Interessierten, in diesem Fall sind x1 und x2 weiterhin Lösungen, aber eben komplexe Zahlen. Dies wollen wir uns an einem Beispiel veranschaulichen. Dazu betrachten wir noch einmal eine quadratische Gleichung in Normalform. Nehmen wir mal an, p ist gleich 0 und q ist gleich minus 1. Unsere Gleichung lautet dann x2 minus 1 ist gleich 0. Der entsprechende Funktionsgraf sieht wie folgt aus. Diese Funktion hat offensichtlich zwei Nullstellen. Nämlich hier und hier. Betrachten wir die dazugehörige Diskriminante. Wie bereits erwähnt, ist p gleich 0 und q gleich minus 1. Eingesetzt in die Formel d ist gleich p halbe Quadrat minus q ergibt dies 1. Die Diskriminante ist also positiv. Unsere Regel von vorhin hat sich also bestätigt. Nehmen wir jetzt mal an, p ist gleich 0 und q ist ebenfalls 0. Unsere Gleichung lautet dann x² ist gleich 0. Der entsprechende Funktionsgraf sieht wie folgt aus. Diese Funktion hat eine Nullstelle, nämlich hier. Betrachten wir die dazugehörige Diskriminante. In diesem Fall ist nun p 0 und q 0. Das heißt, eingesetzt in die Formel d ist gleich p halbe Quadrat minus q ergibt dies 0. Die Diskriminante ist in diesem Fall also gleich 0. Unsere Regel von vorhin hat sich auch hier bestätigt. Nehmen wir nun noch an, p ist gleich 0 und q ist nun plus 1. Unsere Gleichung lautet dann x² plus 1 ist gleich 0. Der entsprechende Funktionsgraf sieht wie folgt aus. Diese Funktion hat keine reellen Nullstellen. In diesem Fall ist jetzt p gleich 0 und q gleich 1. Das ergibt eingesetzt in die Formel d gleich p halbe Quadrat minus q minus 1. Die Diskriminante ist also negativ. Aber jetzt zurück zur Pizza. Um 0 auf einer Seite der Gleichung zu bekommen, ziehen wir 1025 auf beiden Seiten der Gleichung ab. Jetzt haben wir die Gleichung so, wie wir sie brauchen. Sie ist sogar in Normalform. Achte jedoch immer darauf, dass die Gleichung die Form ax² plus bx plus c ist gleich 0 beziehungsweise x² plus bx plus q ist gleich 0 hat. Sonst sind die Lösungsformeln nicht anwendbar. Verwenden wir nun die kleine Lösungsformel. Für p setzen wir minus 8 ein und für q minus 825. Wir erhalten dann zwei Lösungen. x1 ist gleich 33 und x2 ist gleich minus 25. Die zweite Lösung, also minus 25, ist zwar okay, passt aber nicht zur Problemstellung, da x eine natürliche Zahl sein soll. Bob kann also eine quadratische Pizza mit einer Kantenlänge von 33 cm kaufen. Aber Achtung, wie sicher aufgefallen ist, können p und q wie bei uns in diesem Beispiel auch negativ sein. Also bekomme ich für die Pizza 33 cm zum Quadrat mal 1 Cent pro Quadratzentimeter. Moment, da brauche ich kurz meinen Taschenrechner. Das macht dann 1089 Cent. Für die Lieferung verrechnen wir 200 Cent. Für mich macht der Erlös durch den Rand der Pizza 2 x 4 x 33 Cent aus. Das wären dann 264 Cent, was in Summe 1025 Cent ausmacht. Vollkommen richtig. Na komm, Bob, lass uns endlich bestellen. Seit ihr da um die Pizza herumrechnet, hat mein Magen nun linear zugenommen. Ja, und meins quadratisch. 3 bis 8 bis 9 bis9 bis 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 Vielen Dank.